Ich muss gewinnen einen Schluck Wasser. Willst du auch einen Schluck? Ja, sehr gerne. Soll ich dir deinen Schluck hier vorne an die Kante lehren? Wieso meinst du? Frag doch die Leute, die wissen warum. In der 6-Minuten-Show lehrst du immer dort vorne aus. Ach so, in der 6-Minuten, das ist ja das Konzept der Show. Das ist das anarchistische Element in der Show. Das ist Kunst. Nein, das ist eine Sauerei. Nein, ich weiss es, ich putze es immer auf nachher. Nein, bei uns ist es ja ein bewusster Akt. Hä? Wenn man eine Sauerei bewusst macht, dann ist es eben Kunst. Nein, es ist im Fall keine Kunst, wenn man etwas daneben lehrt. Ja, gerade als Mensch kann man vor allem das relativ früh. Moment, hast du das schon mal gesehen, dass jemand etwas bewusst daneben lehrt? Nein, darum regt es mich auch auf, dass es in den 6-Minuten schon jedes Mal passiert. Das muss ich nicht aufregen. Ja, und dass die Tassen kaputt gehen, ist das anbewusst. Das Tassen ist schon kaputt hintergeflogen. Nein, schau mal. Ein Glas Wasser ausleeren ist eben nicht gleich ein Glas Wasser ausleeren. Ah. Es kommt darauf an, wo man das macht. Mhm. Okay. Also gut, wenn du das bei dir daheim in den Stuben auf den Teppich lehrst... Ist es eine Sauerei? Sauerei, da gebe ich dir recht. Pass auf, wenn man es z.B. in einem Museum macht... Ja. ...dann ist es eben etwas anderes. Ah ja, was ist es denn? Das ist eben Kunst. Mhm. Wenn ich im Museum ein Glas Wasser ausleere, ist das Kunst? Nein. Da kann natürlich nicht jeder kommen. Nein, das muss dann schon ein Künstler sein, der das macht. Äh, ich bin Künstler? Nein, ich meine einen richtigen Künstler. Also... Ja, einer, der das gelehrt hat. Ah, das muss man lernen. Etwas daneben lernen. Ja, dann ist das davon eine Lehrstelle. Hahaha. Ja, also... Also... Dann muss man es natürlich noch beschriften mit einem Titel. Ja, hätte ich eine Sauerei. Nein, es muss mehr ein abstrakter Titel sein. Zum Beispiel, äh, ohne Titel. Aha. Ja, das kommt eigentlich immer gut. Ja, ja. Ohne Titel, klein geschrieben. Mhm. Ja, das ist wichtig. Oder weisst du was? La Pfütze 23. Ja. Klein geschrieben. Ja, und der steht unten in Klammern noch, Wasser auf Holzboden, Klammern geschlossen. Ja. In Klammern eine Leihgabe. Ja, genau. Das kommt eben davon, wo man es macht. Ja, das habe ich nicht gewusst. Wenn man das ausleeren, ist es einfach eine Sauerei. In der Beize. Das ist ein super Beispiele. Wenn du in der Beize ein Glas Wasser auslehrst, dann kommt es darauf an, ob du es als Angestellten machst. Also gut, wenn du es als Angestellten auslehrst und es ist blöderweise nur ein Gast darunter. Ja, dann ist es keine Kunst, dann ist es ein Kündigungsgrund. Ja. Wenn du es aber als Gast auslehrst... Dann ist es Schade ums Getränk. Ja. Genau. Oder warte mal, wenn man... Oh, wenn man es in der Wüste ausleert. Auch Schade ums Getränk. Ja. Mhm. Ja, fast noch Schäder. Sag mal, was ist es? Ich weiss etwas. Es ist so, ganz viele Leute treffen sich... All diese 650 treffen sich morgen hier im Park und man lernt gleichzeitig miteinander ein Glas Wasser. Also mehrere... Also alle haben ein Glas Wasser gelernt aus. Was ist es? Eine Choreografie. Äh, ja genau. Oder ein Flashmob. Ein Flash-was? Ein Flashmob. Ja, wenn man es wieder in Flaschen macht. Au, aber warte mal. Das ist eine gute Idee. Angenommen. Es machen es alle miteinander. Ja. Und zwar am gleichen Tag, gleichzeitig. Okay. Und zwar einmal im Jahr, wiederkehrend, an diesem Tag. Dann ist es eine Tradition. Oder noch besser. Es machen es alle miteinander. Einmal im Jahr. Gleichzeitig am gleichen Tag. Wiederkehrend. Und man kommt dann noch schulfrei rüber. Dann ist es ein Brauchtum. Hey, dann ist es der Glaswassertag. Genau. Der Glaswassertag. Das ist super. Ah. Dann kann man sagen, du, was machst du am nächsten Glaswassertag? Ja. Ich mache Brücke. Wie wärmer? Ja. Wie wär's das теперь da, Gut. ch firearms. R Gradlehring. Das war's. Das war's. wie wär's 315-09 meter? Ich bin nur gerizover000 Bildschutzger сюжеты oder was ich Cloudflas力? Zeits 1948. Wirklich? Vielen Dank.